Nein? Wie hast du sehen? Gucken wir doch mal, was die sind. Also gerade war es eigentlich ja auch ausgeglichen, aber wenn du so eine Keile halt echt mal 2-3 Kills kriegst, dann kriegst du die nicht mehr down. Also Zaya ist Gold 5. Oh fuck man, ich sehe das gerade auf. Ja, das kriegen wir hin. Jona ist Bronze. Silber 4, Silber 4 und Bronze 1. Und aus Talia ist Gold 3. Na gut. Äh, Xayah, Leona und der Darus sind freemade. Und Olaf und Diana. Also mit denen wir die ganze gank. Oh, eine 50% One-Rate von Alistair gegen Leona. Ja, aber auch 50% weiß ich auch. Ja. Genau die Hälfte. 2 Tipps unten. Shameshame, Royal 1990 is in with you, but is not an using TeamWord. Me sad. Was? Was ist mit mir? Shameshame, Royal 1990 is playing with you, but is not an using TeamWord. Me sad. So ist es halt, ja. Aber wir sind halt auch, ziemlich viel Late-Game-Combo. Müsst uns nur gegen später ausreißen. Win rate by game length. Ist das einfach so ein steiler Strich nach oben bei uns. Bei wem? Bei uns. Ich will mal kurz was und trinken. Ja, jetzt können wir klopfen auch mal an den Reino. Jetzt können wir klopfen auch mal an den Reino. Und dann mal an den Reino. Es geht nicht. Wir machen das wieder mit dem Reino. Das war es so. Ja, das war es. So, Ja man, Karamals! Kannst du helfen? Oh, verdammt, ja. Voll gepennt. Das war ein Horn. Also der Smite hätt grad nicht sein müssen. War ein richtig geiler Pull eigentlich. Kann am Leben halten. Das war ein Schatz. Jetzt erst fängt Lona ins Jam. I'm missing a 4, thank you. No, 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 no. Naja, okay. Egal. Geil. Och man, echt. Wir warten sollen bis Level 3, dann hätten wir es geschafft. Ja, wahrscheinlich schon. Ach, dumm, dann noch von mir rein zu springen. Ist egal, komm, das ist nur ein Double Kill gewesen. Oh, schon ein bisschen. Ja, aber die Land ist noch safe. Der Olaf hat sich exekuten lassen irgendwo. Hä, anders Tab? Guck mal auf Tab. Ja, stimmt. Ich knäff das, ich würde das drücken. Ähm, der Engage ist aus, also wir könnten Engage. Und? Geil. Aus, 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 aus. Ist geflasht, alles gut. Oh, da kommt der Oberfrau. Oh, da kommt der Oberfrau. Ciao. Ciao. Oh, 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 oh. Na, ich komm weg. Ja, können wir, oder? Äh, ich bin drauf. Easy. Guck mal, da kommst du sogar noch weg. Ja. Ach ja, ich liebe Ranged Champions. Guck mich. Ja, ich, ich pockte Darius halt einfach nur von hinten down. Hehehe. Stieg weg. So. Ich geh Backschneiden. Ähm. Aber haben sich die Kaya da eigentlich nicht so wenig Leben noch hingelaufen? Keine Ahnung. Ich hab gar nicht verstanden. Ich glaub, die wurde als Krieger auch nicht. Ach ja, aber komm, die hatte ja noch, das war ein Auto-Attack von mir, das waren nicht mal 100 Leben, was die hatte. Also jetzt sind wir im Front auf jeden Fall. Jetzt werden die den Control-Block mehr hatten. Soll ich das aufhalten, oder? Mhm. Ich bin nicht bei dir, aber. Gleich. Wir sind zwei Wards geplaced worden. Bei mir ist SS. So. 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 So, down. Da geht runter. So, if you want to go. Ja, ich warte kurz auf den Dings, ne? Auf du hinten? Ja, das stimmt Ich komme wieder Fuck! Ach, Mann! Das war jetzt unnötig Ah, Shit, Idiot Hä, WTF? Ich fahre auf den Tag, wo du wieder gecancelt Ach, Shit, gerade Oh Geht's nicht Ein Grupp Nein Nein! Nein, nein! Oh mein Gott! Wie dumm! Oh Gott! Äh, jetzt nicht mehr so gut aussehen Na, das war es jetzt auf der Top-Lane. Ja. Park, wie dumm war das? Passiert, ist ja nur meine Pro. Ich habe mich reingeportet und bin dann auf den auch engaged. Und Damage so hart unterschätzt. Das ist ein Daraos, den kannst du echt nicht spielen. Oh fuck, oh fuck, der Jax braucht Hilfe. Kann den Drakes noch nicht machen. Piss dich von Drakes bitte mal, Alexa. Für Drakes muss ich Reset nicht schnell. Ne, ich komme auch. Uh, aber es dauert. Oh mann. Leider falsche Richtung für mich. Hm. Und tschüss Chex. Und jetzt geben wir noch alle einzeln rein. Und. Oh, tschüss Taya. Okay, das war GG. Das war's mit deinem Pro. Was, du hattest Promos? Halt hier unten, der hat fast doppelt so viel Form. Power ist auch, mein Tor ist auch down. Wird man einfach den Chex irgendwie, äh, entweder ihn sterben lassen sollen. Naja, das Problem war irgendwie, äh, ich war nicht rechtzeitig da, weil ihr halt leider komplett nicht in Gegensitzer Richtung gelaufen seid. Ja, ja, ja. Und dann so, fuck. Ich war halt auch gleich down, weil ich komplett falsch stand einfach nur. Äh, ist die nur noch nicht da? Wir werden uns jetzt zu richtig da jetzt einfach ranziehen. Wir können halt echt nur noch gucken, dass wir ins Late Game kommen. Gar nichts. Zu viel. Oh no. Äh, nicht da rein. Ja, es kam ein bisschen zu spät, dieser Koi. Ja. Ja, ist der halt schon wo auch mein Bellen benutzen sollen. No, 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 no. Heh. Okay. Die Exiles ist anscheinend weg. Ah, ich hab leider keine Energie mehr. Ich bin Geldsche jetzt nicht runter. Ich mach jetzt nicht denselben Kille wie grad eben. kann Oh man! You're the only tank, ist klar Jackson ist der einzige Tank, ich hab hier alles da, ne? Hmm Ja. Oh, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn du da drin bist. Ja, der Jax hat gezwitscht, dass der angeht, aber ich hab davon nichts gesehen. Ja, der Jax hat gezwitscht, dass der Jax hat gezwitscht, dass der Jax hat gezwitscht. Oh, ich weiß nicht, wie ist das denn nicht gestunternt? Jetzt buggt das ganze Scheiß auch noch hier, leck mich am Arsch, der hätte gestunt sein müssen. Das ist zum Kotzen. Äh, können wir die Gestalt nehmen, das ist ne Wohna. Komm. Ich hab ja nur noch halbe Leben. Ich hab verwecken. Wart du Positioning? Ey, dafür hab ich beide Ultis rausgekommen. Fuck. Und hab meine Adel jetzt ja damit auch gekehlt. Das geht auch. Kann man auch mal machen. Ja, das ist so rum. Der Wank strahlt ja mal. Das ist so rum. Hat ja, macht echt gar keinen Schaden. Ja, gut. Vielleicht halt mir doch so random sein. Egal. Geh da drauf. Geh da drauf. Geh da drauf. Okay, ich komm mal zu dir, vielleicht kriegt man den T2. Geh da drauf. Ja, ich komm mal zu dir weg. Ja. Wieso nicht rein, wir waren 3 gegen 2? Äh, die Ult, der Hemorrhage von Darius. Der hat kaum noch Schaden gekriegt. Nicht nur das, der hätte einfach nur Q, Ult, 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 Ult drücken können. Direkt bei Pentacle. Ja, Katsch, nicht auf der Elo. Ich kann gerne mal ein Highlight zeigen, da ist genau das passiert. Ja, aber was für eine Elo? Äh, das hab ich gemacht. Das sagt schon alles aus. Ja, wir müssen halt rein, weil anders gibt's uns gar nichts mehr. Gerade wenn's alleine laufen. Nimmt die mich eigentlich jetzt, obwohl die Coint ist? Wenn wir jetzt halt so warten, dann ist es einfach nur, dass wir warten. Ich renn da nicht rein, ich werd da nur sterben, du Metaille. What the fuck? Also die will, dass ich Suizid begehen soll. Okay, danke. Hab ich doch schlimm genug schon unten angestellt. Ist die Talia echt Gold 2 oder was? Was, Italia? Ist die Gold 2 oder was? Die ist nicht vorhanden, das ist die. Was ist die? Was ist die? Die ist nicht vorhanden. Das ist die. Boah, Tutsch kommt nach. Die ist Gold 3 sogar. Wir müssen halt jetzt nur überlegen, was wir machen. Weil jetzt nur rumbarten und es alleine gibt überhaupt nichts. Da ist ich eh gleich drin. Die können da locker reingehen. Ja. Einfach mal rein und vielleicht haben wir ja ein Geldchen und... Hm. Okay. Rein und mal gucken, weil wir wollen die Scheiße nehmen. Hm. Ja, wenigstens haben wir denn einen Turret da noch mitgerettet. Schon den gar keine gestorben oder was? Nein. Nö. Das war auch irgendwie keiner bei den... Damage-Dealer. Rrr. 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 Ja, Marvin. Forever Bronze. Ja, ja. Oh, Mann. Wollt gucken. Das war B-